Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Gauntlet, da spiele ich nicht alleine, da habe ich ein paar Helden eingeladen, um zu einen ist das Faustus zockt, voll der Held, und der Platic, und der Ninja Looter, den X7, zockt, boah, scheiß Bomben, was ist denn hier los, ist das schon ziemlich crank, So, jetzt pack ich mir jetzt mal das Gold hier, so, könnt mich mal, Was, jetzt hänge ich hier fest? Ja, bloß in Ruhe, Junge. So, oh. Soll ich mich wiederbeleben? Oder noch warten? Ähm, wow. Hat hier ein, obwohl mal ein Gold rumliegt? Ja, das ist wieder so ein kurzes Level. Oh, schön, schön, schön. So ein Loot Level, würde ich es jetzt mal, ah, da läuft wieder nicht mit. Ja, ich wollte auch noch, extrem. Haha, wie viel, wie viel er mal eben wieder gemacht hat. Ich habe nichts gemacht. Er zerstört unser Essen. Der Palast. Gott, guck mal, ob er was kaufen kann. Ne, 3000. Ne. Ich habe zwar den neuen Bogen, aber so berauschend ist er nicht, weil er hat eine andere Fertigkeit, jetzt kann ich Gegner erstarren lassen. Guck mal, ich habe jetzt ein Relikt gekauft, ne. Verwandelt alles an Nahrung in Tränke und, ne, alle Nahrung und Tränke im Umkreis in Gold. Ist eigentlich nicht so gut. Richtig. Äh, ich will die andere Geschwindigkeit behalten. Wenn irgendwo ein Hähnchen liegt, dann ist das Gold für mich. Ja, klar. Da liegt er noch genug. Ich nehme es ja nicht. Hier sind wohl die schicken Unterkünfte. Da benutze ich besser... Ja, ist grün? Ja, ich nehme es ja nicht. Ich habe es doch gar nicht mehr genommen. Lass mich doch da unten, da war noch Gold. Oh Mann, ey. Ja, das ist okay. Jetzt ist egal. Ah, ich dachte, der Extreme holt sich dort. Oh. Ne, ausnahmsweise lasse ich euch auch mal was. Danke. Das ist aber nett. Ah, kommt hier rüber. Warte, bis alle drin sind. Jetzt. Nein, bleib nicht. Ah, ich dachte, er ist... Ja. Ich dachte, dass... Ja! Ja! Fah, ist so nicht! So nicht? Scheiße. Ja, irgendwer muss dann zurück, oder? Nee, dann kriegt es keiner. Komm. Wollte mir doch nur das Gold holen. Ich weiß. Was ist das denn hier? Das ist nicht grün, oder? Das ist eine Falle vom Extreme. Ja. Die ich aber nicht so berauschend finde. Schlüssel? Hast du? Ich bin wichtig, Leute. Ich habe einen Schlüssel. Ich bin wichtig. Jetzt nicht mehr. Jetzt könnt ihr mich umbringen. Ich bin Schlüsselmaster. Oh, meins. Dann kommt mehr drauf, was meins. Aha. Nee, das Relikt ist kacke. Oh, nee. Bomben. Schon wieder. Gucken wir uns das mal. Ja, das ist bestimmt jeder anreicht. Gleich stelle ich dann mal ab. Nö, nö. Du willst doch nur nicht kämpfen. Hallo? Mit dem Ding kann ich Gegner hochjagen. Uns auch. Ja, nur wenn ihr reinrennt. Ja, du brauchst voll erst mal. Nimm mal den Schlüssel damit. Macht hier auf. Voll, du bist wichtig. Und dann jagen mit Trommembruch. Warte, aber hier geht's noch weiter. Ach. Da unten ging's nämlich noch weiter. Wow, hatte man eine Menge Gegner weggeknallt. Ganze fünf Stück. Ja, extrem. Übertreib. Extrem. Okay, ich lass euch ein bisschen looten. Hin und wieder wär das nicht so böse. Also jetzt dürft ihr... Komm mal weiter. Wah, die Golds. Aber okay, ihr rennt auch irgendwie absichtlich die ganze Zeit an den Gold vorbei. Ist ja kein Wunder, dass ich auch sammeln muss. Nein, ich hab direkt erst mal das große geholt. Erst mal die Gegner, ja? Und dann wird das hier. Ja gut, da muss ich euch, da muss ich euch halt rumhauen. Atta, wir spielen miteinander. Dat heißt Go-Op. Achso, ja, ich dachte immer, dass das TTT ist. Ach, dat ist Go-Op. Also das mit dem Attack-Speed ist schon... schon Hammer. Essen über Rot. Essen über Rot. Ups. 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 Oh. Oh-oh-oh-oh-oh-oh. Dackel-Parade. Scheiße, wie gehen wir denn jetzt da durch? Ups. Die aktivieren sich nur, wenn ihr drauf geht. Dann bleib ich hier. Schlüssel dich da noch? Ich bin tot. Oh, das Gold. So, ganz wiederholt gleich. Der Elf ist zurück. Oben. Wie er alle Schaden genommen hat. Ja, auch ganz hochnäsig, wenn man sich da runterguckt. Der goldgierige Bloodage. Ja. Boah, ich hab null. Der hat da schon wieder direkt zugegriffen. Ich musste den Bloodage einholen hier. Na, siehste da, guck mal da. Das ist doch wohl gewesen, hättest du nur mit dem Bloodage. Das hast du mal sehen. Der war so gierig, da interessieren die die kleinen Poppen nicht. He. Heiße. Peanuts. Der erste, der irgendwo hinrollt. Vorsicht, Bombe. Meine Güte, mir knurrt der Magen. Ein Lamm Curry. Betreibt er aber. Ja. Oh. Ach, was denn jetzt sagst. Das schaffst du. Boah, klar, extrem. Der rutscht direkt durch. Ja, guck mal, wer das meiste Gold hat. Ich nicht. Ja, ausnahmsweise nicht. Guck mal, guck mal, guck mal mich an. Ich hab gerade mal unsere 584. Ihr lasst mir nichts übrig. Schweine. Äh, faust das um, oder? Ja. Unten auch. Boah, er macht's wieder kaputt. Ich bin tot. Ach, das ist unfair. Zwei Strahlen auf mich. Gerade, wo ich den Boost einschmeiße. Uuuuh. Naah, ich geh gleich drauf. Ich bin auch weg. Wir müssen noch ein, zwei Monster gehen, dann kann ich helfen. Naah. Oh, das war doch sowas von knapp, ey. Ha. Puh. Hallo. Ja. Wir streiten uns auf jeden Krümel Geld. Meins, 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 meins. Unten lag noch was. Ja, hol uns hier. Roll hin. Da muss er runterkommen. So, ist weg. Wir sollten wirklich versuchen, wenn wir die Zeit haben, auch jeden Krümel mitzunehmen. Ja, ich werde, also weiß ich nicht, der, der neue Bogen ist schlechter als der alte. Also verstehe ich nicht, der war nicht gut, finde ich. Ah, die ganze Kohle klopft sie dann auch noch auf, äh, holt sie noch Schrott für, ja? Rechts rum? Ja, weil man kriegt dann nur eine Fertigkeit anstatt die Bombe, kriegt man, äh, betäubt die Gegner, lässt sie erstarren. Finde ich jetzt nicht so dolle. Da fand ich die Bombe effektiver. Aber ich behalte ihn trotzdem. Das braucht keiner. Das kannst du jetzt umwandeln, das brauchen wir gerade nicht. Oh, jetzt hab ich's aufgefressen. Jetzt hasst du die Fertigkeit und dann sowas. Ach, egal. Da liegt nochmal Essen. Ja, ich hab die Fertigkeit, ist noch nicht aufgeladen. Ja, warte, lass es noch sein. Ja, guck mal, wir haben jetzt hier wieder abgehört. Ja. Faust, du sollt dann doch essen? Chicken wing oder so. Yummy, yummy. Ah. Brauchen wir nur eins mitnehmen. Soll ich reinlaufen? Boom. Meins, 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 meins. Weg. Ne, meins. Also, der Einzige, der nichts abgekriegt hat, war diesmal Faustus. Arta. Schlüssel. Jetzt. Okay. Hebbler, Deck. Dafür hatte ich am Anfang so viel. Machst du, da ist noch einer. Machst du, da ist noch einer. Sieht man doch. Keiner, der das mitnimmt. Das sieht wertvoll aus. Und wieder einer. Gleich hinterher ist noch Gold. Ja, da sagt er es. Ja, ha, ha. Alter. Wenn er es nicht will. Essen? Gesnackt. Ah, Junge. Das ist nicht gut, wenn du hinter mir rennst. Ach. Ist das euer Ernst? Ich hab den Schlüssel nicht. Es ist, wenn man hintereinander herrennt. Oder einer einem. Ja, so geiern die den Gold hinterher, ne? Hab mir noch das Essen geholt. Nee, nee, nee. Erstmal lieber bei WoW so ein schienlisischer Goldfarmer geworden. Also, ich bin nicht gestorben gerade wegen dem Goldgear. Ich auch nicht. Trotzdem. Ach, guck mal da. Der Blut deckt direkt wieder. Wenn ihr euch da nicht hinbewegt. Das ist nur easy, aber gleich kommt doch der Boss hier, ne? Nee, hier noch nicht. Ob es auf Gold. Ich finde, er ist nicht nur extrem goldkierig, er ist noch ein Vandale. Er macht alles kaputt. Ja, gibt ja auch Gold, ne? Also, Erfolge und Gold. Ich will auch spielen. Also, ich meine, dass die Lunte angeht, wenn ich mit dem Feuerball drauf schieße, das ist ja noch verständlich. Aber wenn er mit dem Pfeil da drauf schießt, macht das noch lange nicht Boom. Das ist Atta Boom. Atta macht immer Boom. Schlüssel? Wie die beiden immer auf mich zusammenzielen. Immer so, dass ich nicht mehr wegrollen, äh, laufen kann. Hier, essen. Faust du's? Jo. Bleib weg. Jo, ich war auch weg. Nicht weg, aber... Lauf. Ja, passt schon. Takt Türe, geh auf. Brauchen wir hier so, guck mal, was unten ist? Von unten kamen wir doch. Immer. Woa, du heiliger, sag nach hier auch sehr gut. Hier, so müssen wir was los. Müssen wir uns hier genau überlegen, wofür wir den Schlüssel einsetzen, glaube ich. Oben links ist auf jeden Fall nochmal ein Schlüssel, wenn das öffnen ist, gut. Essen, Faustus. Jawohl. Oh, da unten, Schatz. Ist deine Freundin neben dir? Nein, gibt's doch wohl nicht. Sie müssen immer auf mich losgehen. Ich stand auch mittendrin, guck mal, wie lau ich bin. Nein, okay, ein Kesseln. Wenn die dich ein Kesseln, ist sowieso kacke. Essen, da. Lädig, Lädig, Lädig. Gut. Siehst, Faustus dann. Ich guck immer auf den Game-Spieler, ich krieg mit dem Klapp-Malow, ey. Schleich dich, du blöder Torred. Vorsicht, Bombe. Bombe. So. Hm, ist das Essen auch hier. Ist das für Faustus? Da hätten wir die Bombe gebrauchen können. Ist es echt vorbei? Warte, warte, da habe ich rauslaufen, guck mal, ob ich auch vielleicht goldlich oder so. Nein. Da hätte er extrem schon geschnuppert. 3.002 Gold. 2.001 Gold. 90 Kills. Ja. Kriegster. Wie ihr komplett übertreibt. Warum kriegt ihr so viel Gold? Wegen den Erfolgen. Ja, er macht jedes, jeder macht ja die ganzen Fester und so weiter kaputt. Ja, habe ich ja jetzt auch, aber vorher schon zu viel Gold. So, Leute. Dann würde ich sagen, wir enden bei dem Part und sehen uns dann im nächsten wieder. Viel Spaß fürs Gucken und, danke fürs Gucken und viel Spaß in der nächsten Folge. Genau. Ciao. Ciao. Ciao.